so dass immer schon wieder heute im ganzen mal noch mal testen mit dem cp durch play so wir müssen jetzt auffällt wo da drüben auf jeden fall so müssen feld 18 und feld 2 noch düngen da kommt zumindest kein anderer verkehr hier 18 haben wir schon hier 18 wäre ich auch wohl halt so wir fahren jetzt einfach kurz hier rüber 18 wäre ich auch mal so ein feld das könnten uns eigentlich auch mal kaufen das ist glaube ich relativ teuer das hier die hauptstraße hätte ich nicht die hauptstraße was oh man kann das müssen wir ganz dringend gucken so also wir sind auf feld so auf feld 18 sind wir so das da vorliegen brauchen wir keins mit dem zahl aktuelle startposition das stellen wir gleich noch ein startrichtung längste kante generiere kurs ja genau so spürt es ist ja das stimmen er fährt jetzt hin und her und dann passt es zurück genau und da hinten ist dann irgendwo das ende korrekt wir machen es auch mal hier an genau das sieht gut aus das würde ich jetzt mal so abnehmen sagen wir mal so dann haben wir es am nächsten passenden wegpunkt am ersten wegpunkt genau genau am ersten so und los geht's passt sieht gut aus so jetzt müssen wir mal kurz gucken gucken wenn die keine schafe schafe platz mehr haben rennen wir mal kurz den schafen rüber oh halt hallo schäfchen wie sieht's aus ok ok ähm wir hätten jetzt den hier passt da ein frontlader hin ich glaube schon aber der müsste doch eigentlich hier stehen ne passt oder passt er nicht ne nein oder gab's da ein eigenes dafür wir gucken magschen wir haben doch hier in dem werkzeugkoffer stehen wir reparieren kurz dann konfigurieren frontladeranbau ja 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 ok wir hatten ja schon gut so jetzt hat er eigentlich aber ich glaube nicht dass das funktioniert wir werden's testen ja ich weiß dass schafe keinen platz mehr für wolle haben wir kümmern uns jetzt ja gerade oh 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 ja wir machen ja schon mal ein bisschen was kaputt hier auf dem hof ist ja klar man kennt mich ja vielleicht geht's vielleicht geht's nicht vielleicht braucht ihr einen spezieller ah nee es funktioniert ähm so jetzt wo ist die Gabel ich bin wahrscheinlich schon viermal lang Fabrik gefahren ne da steht sie so denn ich weiß wir brauchen den Kerl oh der Spiegel hinten funktioniert sogar richtig gut so los geht's klar schon sechs Arbeitsstunden drauf vor allem müssen wir eigentlich nach den momentieren gucken hier das ist alles dreckig hier so ja ja halt ein bisschen anders so so oh Nicht gerade auch Vollprofi, was das angeht, aber wir stellen jetzt einfach mal die zwei hier weg, beziehungsweise, wir stellen es jetzt einfach hier hin, gibt es Platz, dann können wir aber auch bald Wolle verkaufen gehen, oder? Ja, was ist denn jetzt wieder? Ich glaube, den gab es auch mit Autoload, ne? Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwas haben, so jetzt kann nämlich der wieder frisch produzieren, schieben wir los so ein bisschen besser hier hin, so jetzt, jetzt haben wir vier Ballen, oder vier Kübel, ich weiß an, ob das langt, keine Ahnung, weiß ich nicht, lang, so, na? Oh, gut, ähm, wie geht es eigentlich denn Schafen, mal so, blöde Frage am Rande? Oh, oh, Sauberkeit, wir sollten mal aufräumen, ne? Haben wir keine Schaufel, oder haben wir noch eine Schaufel hier eigentlich? Ich glaube, da vorne drin liegt sie. Ja, aber ich kann jetzt das... So... So... So, Leute, das muss halt jetzt einfach mal sein, ne? Ich glaube, da ist ja ganz in Ordnung hier, der Kleine. Was? Da ist jetzt Gras drin. Ach, das ist vom Mähen noch, oder was? Ach so. Die brauchen ja gleich bis Heu, glaube ich. Na gut. Dann schmeißen wir es halt hier hin. So, wie sieht es mit Wasser eigentlich aus? Heu, Neidrumpus, Heu, Gras, warum muss das Gras jetzt nehmen? Keine Frage, keine Ahnung. Okay, sie haben noch alles hier. Wobei, wir könnten eigentlich auch die Schaufel und die Gabel hinten. Die Straße ist gott mich schon ein bisschen an hier. Das muss ich schon mal sagen. Wir legen jetzt auch mal die Schaufel hinter das Gebäude. Da steht, stürzt sie, glaube ich, niemand. So. Fahr mal wieder vor, das muss man ja nicht vergessen, dass der da steht. Lass ihn einfach mal hier stehen. So. So, was macht der hier? Ah. Ja, genau. So sieht es gut aus. Jetzt müssen wir uns wieder aufpassen. Weil, ich würde wahrscheinlich alles düngen müssen, wahrscheinlich. Jetzt ist es schon fertig. Mehr muss er gar nicht. So. Jetzt müssen wir zu Feld 2. Das ist ja direkt hier. Testen wir es nochmal aus. Zack. Zack. Aber ich mache das mal kurz mal ohne das hier. Feld 2 habe ich. Passt auch. Wo sind wir denn jetzt? Hier geht's los. Das müsste eigentlich passen, ne? Am ersten weg. Genau. Zack. Gut. Jo. Ach ja, die Silagesache. Ups. Jetzt kriegen wir ja noch ein bisschen Geld. Halt. Halt. Was ist denn los? Was ist denn los? So. Da ist jetzt besser. So. Jetzt müssen wir schon wieder hinten rum. Okay. So. Jetzt voll noch. Ich glaube, das war dann die letzte Korrektur hier. Das müsste eigentlich jetzt gerade zu hinten passen. Nimm das hinterher. Ne, nimmt das leider nicht mit. Okay. Subi. Geht's für rein. Eiwein frei. Super. So, jetzt müssen wir auch mal gucken. Jetzt ist die Frage eigentlich, soll man dann die Folie gleich verkaufen? Ich glaube, die verkaufen wir gleich, ne? So. Wo fahren wir denn dieses Ding hier eigentlich hin? Das steht wahrscheinlich auch in jeder Ecke. Ich würde sagen, wir lassen es hier irgendwo stehen. Hinten durch, sage ich jetzt. So, ich glaube, das ist okay. Wenn ich es hier hinstelle, da komme ich unten durch. Einwandfrei. Subi. Dann lernen wir das noch kurz aus hier. Und dann würde ich fast sagen, wir organisieren uns jetzt mal noch, wir brauchen jetzt noch einen kleinen Anhänger zum Aufladen von Paletten und so. So. Genauso ist es die Frage auch, wie geht es eigentlich uns? Die Schafe, wissen wir, das ist soweit okay hier. Das passt wieder. Und hier. Oh, das sind auch Schüttler. Oh, der ist fertig. Geld holen wir uns jetzt gleich noch. Mit dem Anhänger gucken wir uns jetzt das nächste Mal dann. Und dann würde ich fast gleich sagen, okay, das müssen wir dann praktisch abwerden. Das auch. Also wir sind dann ganz gut dabei, dass wir uns gleich mal ernten können. Aber das machen wir in der nächsten Folge dann. Wir gucken jetzt erst einmal kurz noch, dass wir unser Geld kriegen hier. Abgeschlossen, zack, abgeschlossen, zack und abgeschlossen. So, prima. Als nächstes haben wir noch was zum Düngen hier. Momentan ist nichts. Ne. Nur ernten. Klar. Gut. Dann würde ich fast sagen, das ist okay. Der war okay. Der ist auch fertig. Dann fahren wir uns mal kurz noch. Kurz vor zur Straße. Aber wir wissen, dass wir hier fertig sind. So. Gut. Dann soll es gewesen sein. Bis denn mal. Und tschüssi. Die. Tschüssi.